Hallo, ich bin Stefan Bolli und bin Trainer hier bei der Swiss Tennis Akademie hier in Bill. Früher jetzt aufstehen, das war nie ein Problem für mich. Ein Schaffen, klar, ist es jetzt. Ich weiss, ich fange hier, ich mache hier fertig. Ich geniesse meine Wochenende viel mehr als vorher. Das ist jetzt schon so. Was extrem ist, ist der Druck. Das ist jetzt ganz anders. Der Druck ist nicht über mich. Es ist alles nicht mehr für mich. Aber ich bringe, was ich gelernt habe, den Jungs. Es macht riesig Spass. Schon als Spieler, die letzten zwei Jahre hier, habe ich ziemlich viel mit den Jungen geredet. Und ich wusste, das ist sowieso etwas, das ich irgendwann gerne mache. Die Leute werden sehr schnell negativ. Die Leute werden sehr schnell negativ, auch wenn sie müde werden oder keinen guten Tag haben. Und wie schon gesagt, mit den schlechten Tagen oder wenn du mal schlecht gelohnt bist oder für x Sachen ist es eben zu einfach, in einer negativen Spirale zu werden. Mein Ziel ist mit den Jungs, dass sie mental Vorschritte machen. Weil ich finde, es ist einfach das Wichtigste, vor allem bei diesem Alter. Und ich glaube, ich arbeite jeden Tag 80% jeden Tag mit ihnen. Mental ist es für mich sehr wichtig, wenn sie irgendwann mal eine Chance haben wollen.